Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu RON zwischen den Jahren und natürlich beschäftigt uns heute einmal mehr Corona, weil die ersten Deutschen mittlerweile geimpft sind. Gestern startete ja, oder fast schon vorgestern muss man sagen, das Impfen in Deutschland und auch bei uns in der Metropolregion Rhein-Neckar sind die Impftrupps unterwegs, die mobilen Einsatzkommandos unterwegs in Alten- und Pflegeheimen. In Ludwigshafen ist es heute losgegangen und wie der Impfstart verlaufen ist, das zeigen Ihnen Alicia Beißel und Moritz Voss. Die ersten Pikse sind gemacht und schon macht sich Erleichterung breit. Es ist ein Zeichen der Hoffnung. Viele Menschen wissen, es ist einer der Mosaiksteine, der ganz, ganz wichtigen, um die Pandemie zu bekämpfen und dass wir heute mit den vulnerablen Gruppen beginnen. Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen werden zuerst geimpft. Ebenso Personen, die über 80 Jahre alt sind. Auch Tätige in medizinischen Einrichtungen wie in Notaufnahmen oder das Pflegepersonal von Covid-19-Patientinnen und Patienten stehen auf der Impfliste. Die Impfung selbst bleibt freiwillig und kostenlos. Trotzdem appelliert Winfried Kretschmann an die Bevölkerung. Wir können die Pandemie nur durch Impfen besiegen. Die Alternative wäre eine Durchseuchung der Bevölkerung. Das würde viele Jahre dauern und wäre mit Hunderttausenden Toten und mit schweren Erkrankungen zu bezahlen. Diese Option besteht nicht. Trotz anfänglichen Optimismus werden die kommenden Wochen und Monate angespannt bleiben. Es ist auch weiterhin das vorrangige Ziel, die Zahl der Neuinfektionen so gering wie möglich zu halten und die Krankenhäuser und Intensivstationen zu entlasten. Rücksicht, Solidarität und die AHA-Regeln stehen weiterhin auf der Tagesordnung eines jeden. Vor allem jetzt, wo Meldungen von der Mutation des Virus die Runde machen. Wir gehen heute davon aus, nach dem was wir wissen, dass auch diese Varianten, die bisher aufgetreten sind, dass die sensibel sind. Also dass der Impfschutz gegen diese Varianten auch helfen wird, schützen wird. Was in der Zukunft sein wird, das können wir heute schlecht abschätzen. Aber wir gehen heute davon aus, dass die Impfung dagegen wirksam ist. Auch Winfried Kretschmann kann Zweifelnde beruhigen. Alle Ergebnisse und Studien zeigen, der Impfstoff ist sicher und wirksam. Kein Medikament ist so gut geprüft wie ein Impfstoff. Inzwischen haben in den USA und Großbritannien schon mehrere hunderttausend Menschen den BioNTech-Impfstoff bekommen. Schwere Nebenwirkungen sind bisher nicht aufgetreten. Der 27. Dezember, der gestrige Sonntag. Der Startschuss für die Impfungen. Und für viele auch ein Meilenstein auf dem Weg Richtung besseres und gesünderes Jahr 2021. Über den Impfstart hat Moritz Voss mit Dr. Andreas Welker vom Gesundheitsamt Rhein-Neckar und Heidelberg gesprochen. Herr Dr. Welker, seit gestern können sich die Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie ist denn der Impfstart gestern abgelaufen? Wie war die Resonanz? Die Resonanz war schon sehr, sehr gut. Wir haben ja zum einen im zentralen Impfzentrum im Patrick-Henry-Village in Heidelberg geimpft. Da waren schon 278 Personen dort. Und wir waren auch schon direkt mit den mobilen Teams vor Ort in den Alten- und Pflegeheimen und haben dort schon gestern 114 Personen geimpft. Können Sie uns mal mitnehmen, wie läuft denn da so eine Impfung ab? Gerne. Die Anmeldung kann über verschiedene Wege erfolgen. Die Alten- und Pflegeheime melden separat an uns, weil da natürlich auch mehr logistischer Vorlauf ist mit den Einwilligungserklärungen, den Aufklärungen der Betreuer. Andere Personen können sich direkt entweder über eine App, über die Website oder die Telefonnummer 116 117 direkt einen Impftermin geben lassen. Dann kommen Sie zu Ihrem Impftermin ans Impfzentrum. Das Impfzentrum ist dann so, dass Sie erst einen Check-in-Bereich haben, wo geschaut wird, ob Sie auch wirklich einen Termin haben. Danach wird in der Registrierung Ihre Daten aufgenommen. Sie bekommen eine Aufklärung, eine ärztliche. Dann werden Sie geimpft. Und dann kommen Sie in eine Zone, wo Sie noch warten können, damit wir sehen, dass es Ihnen gut geht. Und danach dürfen Sie das Impfzentrum auch wieder verlassen. Der Impfstoff vom BioNTech muss ja mit einer Doppelimpfung verabreicht werden. Warum ist das so? Bei manchen Impfungen braucht man eine Booster-Impfung, um den vollen Immunschutz zu gewähren. Also das heißt, damit die Impfung wirklich ihre volle Wirkung entfaltet. Und das wäre bei dem BioNTech-Impfstoff eben nach diesen 21 Tagen die zweite Impfdosis, damit er eben diese über 95-prozentige Schutzwirkung auch entfalten kann. Wie lange hält denn dann diese Schutzimpfung an? Das können wir noch gar nicht ganz genau sagen, da uns da die langfristigen Daten dafür fehlen. Es könnte sein, dass die Impfung ab und zu mal wieder aufgefrischt werden muss. Wir hoffen natürlich, dass sie möglichst lange anhält. Verstehen Sie die Menschen, die skeptisch gegenüber der Impfung sind? Verstehen Sie da die Sorgen? Selbstverständlich. Also es ist klar, das ist etwas Neues. Da will man natürlich auch viel drüber wissen. Deshalb wird ja jetzt auch viel Wissen transportiert. Aufgrund der Zeit, die jetzt erst ins Land gegangen ist. Sie müssen überlegen, wir haben jetzt unter einem Jahr, dass wir von dieser Erkrankung gehört haben bis zu einer wirksamen Impfung. Das ist ja wirklich super, wie das gelaufen ist. Ist es klar, dass natürlich viele Menschen sich noch nicht genügend Wissen aneignen konnten. Aber ich bin sicher, dass mit genügend Wissen dann auch die Menschen ihre Skepsis verlieren. Herr Welker, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und Ihre Zeit. Sehr gerne. Ein ganz wichtiges Thema beim Impfen ist es ja, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Also der Impfstoff muss ja bei minus 70 Grad kontinuierlich gekühlt werden. Und genau da kommt eine Firma bei uns aus dem Sendegebiet ins Spiel, nämlich Schaumaplast aus Reilingen, die genau dafür solche Kühlboxen herstellen. Sarina Aschmann hat sie besucht. Was aussieht wie eine unscheinbare Styroporbox, ist Spitzentechnologie und gleichzeitig Hoffnungsträger. Darin werden die Impfstoffe gegen das Coronavirus transportiert. Wir nehmen Wasserdampf und schäumen das Produkt auf, haben Form und bringen das Produkt in Form. So können wir es dann nutzen in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Die Anforderungen an die Boxen und ihr Kühlsystem sind enorm. Monate der Forschung und Entwicklung waren nötig, bis das Verpackungsunternehmen Schaumaplast Reilingen in ihren firmeneigenen Klimakammern die sicherste Kombination aus Box- und speziellen Kühlelementen gefunden hatte. Der Temperaturbereich hängt davon ab, welcher Impfstoff ist es denn? Auf welchem Distributionsweg sind wir denn? Sind wir auf dem Weg zum Patienten, Kühlschranktemperatur, oder sind wir auf dem Weg ins Lager, minus 70 Grad? Und diese Anforderungen müssen eben in den Klimakammern, wie sie hinter mir zu sehen ist, nachgestellt werden. Auch bei sommerlichen Außentemperaturen müssen ja die minus 70 Grad zuverlässig und sicher gehalten werden. Die speziellen Isolierbehälter werden mit Trockeneis befüllt. Der minus 70 Grad kalte, feste Stoff verdampft ohne Rückstände und entwickelt dabei die Energie, die für eine sichere Kühlleistung für mindestens fünf Tage sorgt. Das Besondere an dem Kühlsystem ist der modulare Aufbau. Das heißt, Sie können die gleiche Grundbox für unterschiedliche Temperaturbereiche und damit auch für unterschiedliche Impfstoffe verwenden. Und das ist die Besonderheit. Schon die Jahre zuvor hatte das Reilinger Unternehmen viele wichtige Erfahrungen sammeln können, zum Beispiel im Transport von Medikamenten. Eine Box mit ganz speziellem Aufbau, besonderem Schaumstoff und einer Kühlflüssigkeit, die dosiert Kälte abgeben oder zwischenspeichern kann. Genau das benötigt der Corona-Impfstoff. Ja, wie wichtig dieser Impfstoff ist, das zeigen auch die aktuellen Zahlen. Es gibt jetzt nämlich wieder größere Corona-Ausbrüche in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Betroffen sind Alten- und Pflegeeinrichtungen. In Heidelberg haben sich dort 26 Menschen infiziert, sind positiv auf Covid-19 getestet worden. In Bammental sind es 24 und in Malsch 22. Also das nochmal aktuelle Infektionszahlen. Jetzt die weiteren Meldungen des Tages von Julia Schmidt. Neuer Spitzenreiter. Die deutschlandweit schnellsten Finanzämter im Jahr 2020 kommen aus Rheinland-Pfalz. Hier dauerte die Bearbeitungszeit im Schnitt 46,2 Tage. Das geht aus der Datenerhebung der Online-Steuererklärung Lohnsteuer-Kompakt.de hervor. Damit ist Rheinland-Pfalz schneller als Vorjahressieger Nordrhein-Westfalen mit 48,2 Tagen. Platz 2 belegt wie auch schon 2019 das Saarland. Insgesamt ist die durchschnittliche Bearbeitungsdauer in ganz Deutschland 2020 gesunken. Die Digitalisierungsstrategie der Finanzbehörden zeige also eine positive Wirkung. So Geschäftsführer von Lohnsteuer-Kompakt.de Weniger Verstöße an Weihnachten. Rund 1500 Einsätze zählte das Polizeipräsidium Mannheim in den Zuständigkeitsbereichen Mannheim-Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis zwischen Heiligabend und Sonntagmorgen. Das sind rund ein Drittel weniger als noch in den Vorjahren. Als Grund hierfür nennt die Polizei das disziplinierte Corona-bedingte Verhalten der Bürgerinnen und Bürger. Ruhestörungen, Verkehrsunfälle, aber auch Alkohol am Steuer beschäftigten die Beamten überwiegend an den Feiertagen. Die Zahl der Verstöße gegen die geltenden Corona-Verordnungen fielen dagegen gering aus. R&V reagiert. Bis mindestens 10. Januar geht das Unternehmen Rhein-Neckar-Verkehr mit einem Sonderfahrplan an den Start. Seit heute fahren Bahn in Mannheim und Ludwigshafen grundsätzlich wie an Sonntagen. Busfahrer orientieren sich an einem erweiterten Samstagsfahrplan. In Heidelberg fahren Bahn von montags bis samstags im 20-Minuten-Takt. Der Sonntagsfahrplan bleibt bestehen. Für Heidelberger Busse gilt ein individueller, am Samstag orientierter Fahrplan. Flächendeckend im R&V-Gebiet entfallen Schulbusfahrten sowie überwiegend der Nachtverkehr. Damit reagiert das Unternehmen auf die weiterhin angespannte Corona-Lage. Der SV Sandhausen und Keeper Martin Freisel gehen ab sofort getrennte Wege. Der Verein hat den Vertrag mit dem Torhüter aufgelöst, man sagt, in gegenseitigem Einvernehmen. Es gab ja da den Vorfall in der Kabine, in der Vorbereitung zum Spiel gegen Kiel. Daraufhin wurde bereits Freisel suspendiert und jetzt also die endgültige Trennung. Damit kann man sich jetzt einen neuen Verein suchen. Ja, und während die einen oder anderen von uns gestern noch faul auf der Couch schlagen, nach den Weihnachtsfeiertagen wurden andere Spiele schon wieder absolviert. Die Catcher Kurpfalzbären waren schon wieder im Einsatz. Als Keller-Duell, es geht ja weiterhin vor allem darum, Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Das hat aber nicht ganz geklappt gegen einen direkten Abstiegskandidaten und Konkurrenten, nämlich Rosen-Buchholz-Rosengarten, so weiß das richtig, Marcel Schreiner. Es wurde emotional in der Neurothalle. Gerade hatte Johanna Wiethoff mit zahlreichen Paraden geklänzt, um Einhard zumindest einen Punkt gesichert. Aber das hat nicht geklappt. Am Ende gab es ein bitteres 21 zu 22. An Wiethoff hat es nicht gelegen. Ja, das Fazit fällt meines Erachtens so aus, dass wir einfach zu viele Chancen haben fallen, vorne haben liegen lassen und unsere Torhüterin heute extrem gut gehalten hat, auch die Abwehr extrem gut war. Ja, wir müssen vorne die Dinger reinmachen und dann können wir das Spiel auch deutlich besser gestalten. Jetzt gilt, nach vorne blicken, die guten Dinge in den Fokus rücken. Von denen gab es vor allem in der Defensive weit mehr als zuletzt. Ich bin auf jeden Fall schon zufrieden. Ich glaube, es lief ganz gut. Gerade das Zusammenspiel, also die Abwehr hat es mir auf jeden Fall leicht gemacht. Das war gut. Natürlich der letzte Ball. Total ärgerlich, wenn ich den gehabt hätte. Dann hätte Ketsch endlich den ersten Zähler eingefahren. Und die direkte Konkurrenz aus Rosengarten hätte einen Punkt weniger auf dem Konto. Jetzt sieht es aber so aus. Ketsch steht am unteren Ende. Der Relegationsplatz ist sechs Punkte entfernt. Keine leichte Aufgabe für das Team von Coach Adrian Fuller-Diusch. Unsere Ziele waren natürlich andere. Jetzt muss man das so hinnehmen, die Situation das Beste draus machen. Ein Motto, das auch für das Management gilt. Denn trotz der bescheidenen finanziellen Möglichkeiten versucht Ketsch in der Bundesliga zu bestehen. Den Blick auf die Zukunft verliert man dabei nicht. Mit Leonie Moormann hat nun die erste Spielerin ihren Vertrag verlängert. Liga unabhängig, versteht sich. Torhüter-Kollegin Wiethoff freut sich. Also ich denke, Leo und ich ergänzen uns sehr gut. Wenn es bei mir nicht läuft, kommt sie rein und genau andersrum. Und ich glaube, das zeichnet uns beiden so ein bisschen aus. Wir sind auch beide sehr jung. Hinter den herausstechenden Leistungen der jungen Keeperin Wiethoff und Moormann steht nicht zuletzt Torwarttrainer Dirk Schatek, der Motivator. Wir zusammen mit Dirk. Ich glaube, das ist ein gutes Trio. Und deswegen läuft es auch jetzt ganz gut. Die große Hoffnung Ketschs, dass Spielerinnen wie Moormann und Wiethoff den Verein auf lange Sicht Bundesliga tauglich machen. Gegen Rosengarten durfte Anna Filmer zum ersten Mal im Kader stehen, wenn auch ohne Einsatz. Elena Winnewisser stand fast die komplette Spielzeit auf der Platte. Junge Talente. An der Ernsthaftigkeit ihren Weg zu gehen, fehlt es den Kurpfalzbären also nicht. Jedoch fehlen die Punkte. Wir sind nah dran. Und wenn sich jeder um 5 Prozent steigert, dann wird es reichen, da bin ich mir sicher. Heute Abend wird noch einmal trainiert. Morgen geht es dann in Richtung Buxtehude, wo bereits am Mittwoch die nächste Chance wartet, endlich einen Sieg einzufahren. Und über diese knappe Niederlage der Kurpfalzbären spreche ich jetzt mit Adrian Folatius, dem Trainer der Bären. Herr Folatius, ja, mit ein bisschen Abstand heute. Wie fällt da Ihr Fazit und auch Ihre Begründung aus, warum das gestern so ganz knapp nicht gereicht hat? Ja, schönen guten Abend erst mal. War wirklich knapp und wirklich schade. Wir haben vieles richtig gemacht. Ich sage mal, bis auf sechs Meter vorm Tor, weil wir dann frei vorm Tor waren, haben wir die Chancen leider nicht nutzen können, die wir uns aber super erarbeitet haben. Und das auch mit einer völlig ungewohnten Aufstellung für uns. Das hat die Mannschaft sehr gut gemacht. Wie gehen Sie denn grundsätzlich aktuell die Situation an als Tabellenletzter? Wie groß ist da Ihre Hoffnung, dass Sie tatsächlich die Klasse halten können? Ach, wir fühlen uns gar nicht als Tabellenletzter. Denn man ist es gewohnt beim Tabellenletzter, dass die Stimmung schlecht ist, dass die Spieler unzufrieden sind. Bei uns ist die Stimmung gut, auch wenn wir null Punkte haben. Wir messen unsere Leistung nicht an Punkten, sondern an anderen Sachen, an positiven Momenten im Spiel. Und man darf ja auch nicht Äpfel mit Bieren vergleichen. Wir wissen ganz genau, in welcher Liga wir da spielen. Und von daher sind wir natürlich immer noch voller Hoffnung, dass wir auch noch Punkte sammeln. Ob es dann zum Klassenerhalt reicht, das werden wir am Ende dann sehen. Das ist ja auch ein großes Thema, auch schon in der Saison, dann die Kaderplanung für die kommende Saison. Leonel Moormann hat er jetzt verlängert. Es binden ja auch viele junge Spielerinnen an sich, viele Eigengewächse. Wie wichtig ist das, auf die Jugend und auf bewährte Kräfte zu setzen? Ja, das ist unser Markenzeichen. Und das brauchen wir auch für die Zukunft, um wieder neue Talente zu uns zu holen in den Jugendmannschaften. Und da ist die Kaderplanung bei uns eigentlich immer ein bisschen langweilig im Vergleich zu anderen Vereinen. Denn oftmals verlängern alle Spieler und es werden nur ein, zwei, drei junge Talente aus der eigenen Jugend hochgezogen. Aber das sind wir gewohnt, das freut mich auch. Und ich habe schon wieder viele Talente auch im Blick in der Jugend, auf die ich mich in den nächsten Jahren freue, die dann den nächsten Schritt machen. Jetzt haben Sie auch einen ziemlich prallen Terminkalender, also kaum muss Weihnachten rum, schon wieder ein Spiel trainiert. Ich glaube, morgen geht es schon wieder nach Buchsehude. Wie gehen Sie den Terminstress an? Wie stemmen Sie das auch mit Ihren Spielerinnen? Ich glaube, es gibt Schlimmeres als zu spielen. Und wenn man die Spieler fragt, die wollen auch lieber spielen als trainieren. Ich persönlich trainiere lieber, weil da kann man Sachen erarbeiten. Aber ja, Terminkalender voll. Also Sonntag gespielt, Dienstag Abfahrt, Mittwoch spielen. Dann kommen wir am 31. Früh wieder. Und am 01.01. trainieren wir wieder, weil wir am 02. schon wieder auf der Platte stehen müssen. Also ja, ist ein bisschen stressig, aber macht Spaß. Und dafür machen wir das Ganze ja, dass wir spielen können in der ersten Bundesliga. Ja, noch schöner wäre es ja, wenn Sie auch tatsächlich vor Zuschauern spielen könnten, was aktuell nicht möglich ist. Wie hart ist das für Sie? Ich glaube, beim Thema Corona gibt es schlimmere Dinge, als dass der Handball ohne Zuschauer spielt. Wir sind froh, dass wir spielen dürfen. Und unser Dank gilt allen, die in der Phase in Corona sich um die wichtigen Dinge kümmern, dass wir alle gesund bleiben. Und ja, daher ist es für uns, wir machen uns da keine Gedanken. In diesem Sinne alles Gute für die kommenden Aufgaben und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön, Adrian Vellatius. Das Interview haben wir vor der Sendung so aufgezeichnet. Er gilt als großes deutsches Eishockey-Talent Tim Stützle. Zuletzt hat er sich ja bei den Adlern in Mannheim fit gehalten. Aber jetzt ist er seinem großen Traum, in der besten Eishockey-Liga der Welt zu spielen, einen sehr großen Schritt näher gekommen. Der NHL, nämlich Stützle, hat jetzt nämlich einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben bei den Ottawa Senators. Also, wir dürfen ihn wohl bald dann in der NHL bewundern. Er selbst hat sich auch dazu geäußert. Ist natürlich ein großer Schritt für ihn. Und er bedankt sich. Folgendes hat Tim Stützle gesagt. Ich muss mich in erster Linie bei meiner Familie und all meinen bisherigen Mitspielern und Trainern bedanken. Ich konnte bei all meinen Stationen viel lernen und mitnehmen. Bei den Adlern bekam ich in der vergangenen Saison viel Eiszeit und somit die Chance, mich zu zeigen. Ich konnte mit der Vertragsunterschrift einen nächsten wichtigen Schritt gehen, der mich auch sehr stolz macht. Dennoch bin ich mir bewusst, wie weit der Weg in die NHL noch ist. Und unser Weg führt uns gleich zu den Weihnachtsgeschenken, die vielleicht nicht ganz so ankamen, wie sie gedacht haben oder wie sie sich erhofft haben. Was machen wir denn mit den Geschenken, die wir eigentlich umtauschen wollen? Und jetzt ist ja Lockdown, die Geschäfte zu sind. Das besprechen wir gleich. Willkommen zurück bei RON. Und bevor wir über Silvester sprechen, was ja eben schon in der Werbung ein großes Thema war, schauen wir nochmal zurück auf Weihnachten. Vielleicht haben Sie ja auch das ein oder andere Geschenk bekommen, was Ihnen nicht so ganz gut gefällt, was vielleicht nicht passt oder was Sie schon doppelt haben. Dann würden wir ja normalerweise jetzt zwischen den Jahren in die Geschäfte rennen und die Artikel umtauschen. Geht aber momentan schlecht, weil alle Geschäfte geschlossen sind. Welche Rechte habe ich denn als Verbraucher jetzt trotzdem noch, meine Ware umzutauschen? Das zeigen wir Ihnen. Da hilft nur eins. Egal ob zu groß, zu klein. Nicht ich, die Klamotten. Also zu klein oder zu eng. Ob das Geschenk schon vorhanden oder einfach nur zu hässlich ist. Produkte aus dem Internet kann man ohne Angabe von Gründen 14 Tage lang zurücksenden. Den Versand muss man je nach Händler manchmal allerdings selbst bezahlen und das kann teuer werden. Ausgenommen von diesem Recht sind Hygieneartikel, Maßanfertigungen, Medikamente oder auch DVDs und Spiele, deren Siegel beschädigt wurde. In Geschäften vor Ort gilt, der Umtausch einwandfreier Ware ist für den Händler kein Muss, sondern reine Kulanz. Auch in Lockdown-Zeiten. Ich will rein hier, ich will doch nur was umtauschen. Die meisten Geschäfte bieten Service-Hotlines an und verlängern freiwillig die Umtauschfrist mindestens um die Zeit des Lockdowns, oft sogar länger bis zu 100 Tage. Manche Händler haben sich noch nicht generell entschieden. Hier gilt vorerst online informieren, dann mit dem Markt oder Geschäft in der Nähe Kontakt aufnehmen, Termin vereinbaren und dann erst vorbeischauen. Und eins nicht vergessen. Das hier, der Kassenzettel. Dort hat der Händler eventuell vermerkt, ob die Ware überhaupt umgetauscht werden darf, beziehungsweise wie die Bedingungen dafür sind. Viele haben Gutscheine verschenkt. Die Einlösefrist muss ausreichend bemessen sein. Mindestens ein Jahr gilt als okay. Weniger ist nicht bindend. Steht gar kein Datum im Kleingedruckten, sind die Scheine mindestens drei Jahre lang gültig. Eine weitere Möglichkeit, im und nach dem Lockdown sein Geschenk loszuwerden, sind Online-Marktplätze und Tauschbörsen. Im Netz oder per App bekommt man dann für sein Geschenk Geld oder andere Sachen. Also fassen wir nochmal zusammen. Online-Käufe kann man 14 Tage ohne Angabe von Gründen zurücksenden. Viele Geschäfte vor Ort tauschen mit Kassenbon auch nach dem Lockdown noch um. Einen Anspruch darauf hat man aber nicht. Tauschbörsen können eine Alternative sein. Und wird alle Strecke reißen, neu einpacken, weiter verschenken. Denn nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Ja, das ist auch eine Idee. Keine Sorge, Lost sind wir noch lange nicht. Ist ja das englische Wort für verloren. Lost steht jetzt hier auf unserem Monitor, weil das das Jugendwort des Jahres 2020 ist, wird ja jährlich gekürt. Aber unsere Jugend hat noch einen viel größeren Wortschatz. Mehr als nur Lost. Und deswegen steigen wir jetzt mal so richtig ein in die Sprache der Jugend. Walla, Ibims, Reporterin Madeline und total Lost, wenn es um Jugendsprache geht. Aber das wird sich heute safe ändern. Yalla. Na, nichts verstanden? Keine Sorge, das ist völlig normal. Was das gerade war, die heutige Jugendsprache. Das Jugendwort des Jahres 2020 ist Lost. Aber was heißt das genau? Bisschen so verloren oder wenn man irgendwie irgendwas macht, was keinen Sinn ergibt, sagt man, boah, war Lost, was ich gemacht habe. Ich spiele Checker und dann sagt man so, boah, bist du Lost, wenn man was nicht versteht. Sagst du das auch? Ja, klar. Warum benutzt du das Wort? Ich finde es einfach cool. Weil das von den Influencern kommt, von YouTube. Bisher hat der Verlag Langenscheid jedes Jahr das Jugendwort gekürt. In diesem Jahr durften die Jugendlichen zum allerersten Mal selbst abstimmen. Nice. Das Wort Lost setzt sich mit 48% gegen die beiden anderen Finalisten wild und cringe durch. Und was heißt das jetzt nochmal gleich? Er ist zum Beispiel cringe. Ist das jetzt positiv oder negativ? Negativ. So, wenn etwas peinlich ist, dann ist das halt cringe. Mega, total cringe. Wenn man ein Treffen hat und das gut gelaufen ist, dann sagt man, ja, das Treffen war wild. So wild, Bruder. Okay, Schwester, aber wie kommt es bei der älteren Generation an? Ich mache den Test. Sind Sie auch so lost wie ich heute? Ja, sicher. Sind Sie auch so ein bisschen lost wie ich heute? Ja, eigentlich ja. Ja? Ja, doch. Würde ich sagen. Und das ist ja auch so ein bisschen cringe jetzt irgendwie, oder? Cringe ist was? Sind Sie wild? Weiß ich nicht. Darf man ja nicht sagen, ne? Ja, krass kann ich schon mal sein, ja. Na geht doch, läuft. Ich bin nach diesem Tag auch so langsam etwas lost. Wie muss es dann erst leer rangehen, frage ich mich. Im Prinzip ja. Also im Prinzip muss man schon hier und da mal schmunzeln. Ja, zum einen sind die aus der Rap-Szene so ein bisschen entlehnt. Also wenn ich jetzt beispielsweise an Maschallah denke. Dann aber auch vieles natürlich was in Social Media, Instagram, TikTok. Wenn man dann was nicht versteht, dann kann man ja einfach mal nachfragen. Ja, safe. Und ich bin jetzt nicht nur schlauer. Nach diesem Tag fühle ich mich echt ein bisschen alt. Ja, alt, aber immerhin was gelernt. Und wir zeigen Ihnen noch die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Unser Wetterjahr geht ruhig zu Ende. Heute Nacht zieht im Ronn-Gebiet etwas Regen oder Schneeregen auf, der uns auch am Dienstagvormittag noch begleitet. Durchweg Schnee fällt ab etwa 400 Metern. Nachmittags bleibt es überwiegend trocken. Die Sonne kommt aber nur selten raus. Die Höchstwerte liegen weiterhin bei kühlen 3 bis 6 Grad. Dazu wird anfangs ein kräftiger, im Pfälzerwald und Odenwald auch in Böen stürmischer Westwind. Der Mittwoch zeigt sich weiterhin oft grau mit etwas Regen. Auf den Bergen auch Schnee. An Silvester ziehen abends neue Schauer auf. Das neue Jahr beginnt überwiegend trocken. Es bleibt kühl bis nasskalt. Nachts droht häufiger leichter Frost. Und jetzt so in den letzten Tagen des Jahres ist man ja normalerweise ein bisschen wehmütig. Schaut auch nochmal zurück auf das, was war. Das fällt dieses Jahr alles so ein bisschen negativ aus. Aber wir wollen Ihnen trotzdem auch in den nächsten Tagen zeigen, wie das Jahr denn war. Gab ja auch positive Sachen. Genau, vor allen Dingen, man glaubt es kaum im Sport. Da schauen wir dann morgen drauf. Und wir gucken auf das Jahr 2020 zurück. Und das machen wir übermorgen am Mittwoch, wenn wir das letzte Mal auch senden hier mit Roms. Am 30. die letzte Sendung. Am 31. ist dann schon Silvester. Da sitzen Sie schon am Rackletisch oder wie auch immer. Max dürfen wir auch schon verabschieden ins neue Jahr, weil er weg ist. Ich bin dann weg. Den Jahresrückblick, das mache ich noch, aber das mache ich von zu Hause aus. Das wäre schön. Wir freuen uns auf deinen Jahresrückblick und wünschen Ihnen jetzt schon mal einen guten Rutsch. Den wünsche ich Ihnen noch nicht, weil wir sehen uns dann noch mal morgen und übermorgen sind wir um 18 Uhr wieder jeweils zur Stelle. In diesem Sinne machen Sie sich einen schönen Abend. Bis morgen. Ciao.